Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute gibt es wieder eine schmackhafte Runde aus dem Livestream und wenn ihr keine Livestreams verpassen wollt, checkt auf jeden Fall mal den ersten Link in der Beschreibung. Da habe ich euch meinen Twitch-Account verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein Follow da lassen würdet. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gucken, ob was von meinem Merchandise euch gefällt oder ihr supportet mich im Fortnite-Item-Shop mit dem Creator-Code Fix. Aber genug Werbung gemacht. Viel Spaß jetzt mit der Runde und lasst gerne einen Like da. Let's go! Oh nice Leute. Das könnte eine gute Runde werden, ohne Scheiß. Weil, jetzt sind die ganzen Kackenums am Start. Alle denken sich, hä? Wann ist dieser Einschuss-Modus? Wird bei mir dann reingeschossen? Und deswegen gibt es viele Kills, Leute. Oh yes, das gefällt mir. Das gefällt mir very, very gut. Scheiße, das gefällt mir nicht. Yo, Bro. Ich kann leften gehen, ey. Ohne Spaß. Oh, man. Vier Chest-Bonds. Keine da. Oh, ich habe sogar Munition. Ja, mein, da ist Bro. Ich muss voll reinkommen, ey. Oh, du bist tot. Haha. Ja, ja. Pam. Yo, du bist auch tot. Nice. Gib mir dein Loot. Oh. Haha. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Oh. Boah, der holt mich. Safe. Doch nicht. Er hat keine Munition mehr. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Danke. Hi, Bro. Tu es nicht. Bro, tu es nicht. Nicht sterben, Alter. Ah. It's a run here. Aber du. Leute, ich liebe diesen Modus, Mann. Ohne Scheiß. Nein, da will mein Kill klauen, Alter. Nicht mit mir, Kollege. Bester Modus EO West, Alter. Ohne Scheiß. Ah. Ah, ist ein Scheiß-Busch. Glaubst du, ich sehe deinen Kack-Busch nicht? Let's go. Ups. Du bist tot. Mein Freund, du bist tot. Einfach so. Sachen gibt's. Warte, wir gehen zur Hotspot. Da sind immer welche. Wir müssen zum Hotspot hier rüber. 41 Leute noch am Leben. Holy shit, das könnte echt eine böse Runde werden. Aber ist halt One-Shot, ne? Kann sein, dass ich gleich tot bin. Einfach so. Danke. Auf wen hast du geschossen? Auf wen hast du geschossen? Ach, er entblockt mich so? Auf geht's, Leute. Gegner suchen. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Kleinbaden? Ich will doch nur mit meiner Sniper in deinen Nacken reinschießen, Junge. Lol. Hä? Wo hat der Schild her? Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf, so dumm. Oh mein Gott. Fucking Cheater, Alter. Oh mein Gott. Wo haben die? Da haben die sich ernsthaft... Chak, chak. Lol. Schatzkarte ist verbuggt. In der Schatzkarte gibt's ein Chak, chak. Jedes Mal. Egal. Gut für mich. Yo, yo. Hier ist noch eine Schatzkarte gewesen, oder? Hier war doch eine Schatzkarte, oder nicht? Da. Nice, da sind auch noch Gegner. Oh mein Gott. Vor den Noobs hab ich am meisten Angst, ohne Scheiß. Die machen so unberechenbares Zeug, ey. Ah, ich geb ihm ein Hit, aber er stirbt nicht. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, oder? Fuck. Als ob die alle so ein motherfucking viel Schild haben. Oh. Uff, Alter. Okay. Ja. Okay. So. 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 Oh Gott. Ihr versorgt mir nicht mein Game, ihr misst es. Nein, das gibt es nicht. Erster gute Spieler. Ich schieße auf seinen Luftballon. Mann! Nein! 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 Ehre! Ja, glaubst du, du kannst auf mich drauf springen oder was, Kollege? Mein Loot. Ja, grab mir den Schubs aus, Kollege. Er rastet kumpelig aus. Okay. By the way. Busch. Danke. Noch ein Busch, ey. Trottel, alter. Fußball-Skin. Loll. Er denkt, er wär gut. Er denkt, er wär gut. Ja, 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 okay, Kollege. Boah. Läuft, alter. Er denkt, er wär die beste Waffe hier in dem Modus. Danke. Okay. Und wenn ich schon diese Fußball-Tryhard sehe, dann weiß ich Bescheid, alter. Haben wahrscheinlich beide Full-Shield, ne? Okay. Oh ja, Mann, da ist einer. Oof. Hello darkness, my old friend. Diese Trap hat man nicht mal mehr gesehen. Wegen diesem Scheiß-Bug ist sie in der Wand. Diese Trap ist so P, Alter. Man kennt ihn, Leute. Mein Glück. Shit happens, Leute. Das war's für heute.